Und auch direkt wieder zurück, einen kleinen kurzen Cut, bzw. wir haben uns ausgeloggt und wieder eingeloggt hier und jetzt kommt Fable, 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 geile Musik. Und ein bisschen Quietsch kommt vor meinem Stuhl, weil ich mich mal anders hinsetzen muss. So, jetzt wollte ich das Schwert nochmal reparieren. Schwert reparieren, danke. Sharpness Afterlife, was kostet es denn? Oh, das gibt hier nur... Na, hier, dass man erst reparieren soll. Ach, erst machen soll, naja. Äh, ich habe doch diese Erfahrungsfläschchen oder nicht? Habe ich noch gar nicht rausgeschmissen? Ist auch egal. Das ist eigentlich gerade nicht das Problem, aber ich dachte, ich hätte die, da hätte ich mir schon leveln können. Und Amadillo. Manchmal ist das nicht lustig. Ach, von denen gibt es Fleisch. Ah, okay. Das wusste ich jetzt gar nicht. Nein. Dann halt so. Wenn wir eine Fackel unten hinsetzen und mittig etwa sehe. Hier wird gekloppt, da wird gekloppt. Wir machen das jetzt auch so einen schönen Gang hier runter und fertig. Warum jetzt zum Kompromiss eingehen, wenn wir das doch hier fertig machen können? Schaufeln. Join the game. Join the game. Kann wieder nicht schreiben. So, welcher sch- Blau. Auch mal wieder. Äh. Endlich. Mal. Aus eure... Aus eure... Aus eure Stadt. So, da kommen selten welche von dem Blauen. Da habe ich kaum welche gesehen. Oder ich habe es halt nicht mitbekommen. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, da sind eher weniger da gewesen. So. Jetzt machen wir noch den Gang fertig hier. Dann versuche ich mir wirklich noch schnell an den Mechanismus ranzutrauen. Nein, 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 nein. So. Was ist denn das hier noch? Was ist denn das noch? Da habe ich wieder das Mikro dran glauben musste. Oh. Jetzt geht es aber bei denen ab. Jetzt geht es aber bei denen ab hier. Okay. Nein. Nein, 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 nein. So kriege ich jetzt hier eine Leiter drauf. Ja. Jetzt kann ich glaube ich so den Block hinsetzen. Leitern. Boah, was kommt denn jetzt hier? Jetzt ist aber hier blau gemacht hier, oder was? Man sollte blau schreiben. Das ist komisch. Erst kamen sie gar nicht, wenn jetzt kommen sie halt auf einmal. Natürlich auch was. So. Fackel mal eben weg. Hier brauche ich nicht so einen großen Gang, oder? Vielleicht würde ich das hier schon ein bisschen... ein bisschen so... Oh, hier habe ich Zombies in der Nähe. Hier würde ich doch gerne dann so ein Fenster reinmachen. Wenn das geht. Wieder. No, ich hätte es mal so abwarten sollen. Wäre besser gekommen. Hier hinterher kommt der Mechanismus, beziehungsweise hier kommt irgendwo ein Schließriegel rein. Hier so ein zweiter, dritter Höher. Damit die Spinnen nicht ausweichen können. Lalalalalalalala. So. Dann haben wir das. Hier lasse ich mal eben noch Platz. Da muss ich eh gleich rein. Dann hole ich jetzt mal... Na, wo machen wir denn rein? Die Spinnen da. Ich würde sagen, wenn die Spinnen jetzt da sind, dann gehe ich hier noch ein... Die Leitern kommen jetzt hier. Leitern, 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 Leitern. Und dann würde ich sagen, ich gehe noch einen runter. Ich brauche eben noch eine Fackel hier. Irgendwo eine Fackel. Das ist doch einfach zu düster. Einen runter gehe ich noch. Genau. Machen wir das mal eben so. Denn... Dann kann ich nämlich mich hier hinstellen und die von unten sozusagen schlagen. Dann sollte es da eigentlich kein Problem mit geben. Dann machen wir das so. Wenn ich hier haue, an dieser Stelle, so. Und hier noch Hiveslabs hier und da hinkommen, dann sollte es eigentlich ganz gut aussehen und auch ganz okay sein und passen. Bum, 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 bum. Ja, hier kann eh nichts spawnen, deswegen ist das auch in der Leiter Dunkel eigentlich relativ egal. Oh, ich will mich schrocken. Wieder rauf einmal, Dello. Aber nicht immer droppen die Fleisch, oder? Ne. Manchmal auch dieses komische Charmeat. Ich weiß gar nicht, was man da raus machen kann. Kann man nicht irgendwelches Essen draus machen? Ne. Kann man bestimmt einen Zaubertrank reinpacken und gibt irgendwas. Schau ich auch noch mal nach. Wenn es sich lohnt, dann benutze ich das doch. Ähm, genau, die Pistons. Da brauchen wir vielleicht... Was brauchen wir da? Nehmen wir mal drei zum Abriegeln mit. Oder nehmen wir da gleich... Ne, ich brauche... Eins, zwei... Drei brauche ich vielleicht da. Ich nehme mal nur drei hier. Drei nehme ich davon. Jetzt tue ich hier nur wieder Monstermüll weg. Oh, das nicht. Aber das. Essen. Emerald Shards. Wie sieht denn das Feld eigentlich draußen aus? Könnt man eigentlich auch mal einschalten. Gut. Wie? Ach so, genau. Da war ja auch noch was. Egal, machen wir es mal eben so per Hand. So, wir kriegen wieder ein paar Brote. Hab ich ja ganz vergessen. Hier sollten auch noch Slaps rein. Links und rechts. Hab ich auch wieder vergessen. Na ja, egal. Gucken wir, wie viel wir reinkriegen hier. 64 ist immer gut. Was haben wir gekriegt? Na ja, 59. Waren ja noch nicht alle fertig. Wollte aber nur schon mal wieder ein paar Brote in Reserve haben. Zumindest was Essen-mäßiges in Reserve haben. Hallo, Zombie. Bam, 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 bam. Dün, 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 Level 10. Essen, da. Düt. Hier, Zombie-Boy, jetzt können wir auch eigentlich mal einen Schlag verbrennen für Leder. Was ist das momentan drin? Achso, das. Okay. Wie viel Kohle ist noch drin, ist auch noch okay. Weiß gar nicht, wenn jetzt noch so viel im Trichter drin ist. Ne, im Trichter ist auch nicht mehr viel drin. Das ist doch schon mal gut. Das brauche ich nicht mehr. Die können hier rein. Dann nehme ich vielleicht ein Glas noch schon mal mit. Einen anderen Stein habe ich dabei. Dann nehme ich, glaube ich, diese Marble-Bricks hier. Und was haben wir hier oben noch? Genau, Whetstone. Whetstone, Repita, dit. Und jetzt machen wir das mal eben unten fertig, den Absperrhahn, und dann wird eigentlich offen alles freigeschaltet. Beziehungsweise alles geöffnet hier an den Punkten. Blub, 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 blub. Kriegen wir eigentlich noch irgendwie hin. Achso, Slaps fehlen. Ja, genau. Slaps habe ich ganz vergessen. Blub. Noch eine Fackelfläche hier vor, das ist provisorisch. Mal schauen, wie viele Treppen ich eigentlich habe. Aber das könnte ich ja eigentlich auch aus dem Ding da hinten wegholen. Das machen wir mal irgendwann mal in der nächsten Folge in einer ruhen Minute. Hm. Nein, Sand. Was wollte ich denn jetzt haben? Slaps? Da. Habe ich doch welche. Ich nehme jetzt einfach die, die sind ganz ob... Passen eigentlich dazu. Ist sowieso Stein. Und von daher ist das eigentlich... Eigentlich mir Schnuppe, wie ich sie benutze. Und welche ich dafür unten benutze. So, hier wollte ich Slaps reinmachen. Ne. Stimmt gar nicht. Ich wollte die Slaps... Da reinmachen. So, wie mache ich das jetzt am... Schlausten und am dümmsten. Hier kann man immer noch hauen, ne? Und kann auch sagen... Einmal so. Jetzt habe ich natürlich kaum noch Stein von denen. Mit... Hier sollte eh Glas rein. Die Reihe auf jeden Fall. Ah, jetzt passt auch nicht. Ah, Vorsicht. Silk Touch. Die Reihe passt ja gar nicht. Die muss ja sein. Und hier kommt der Hebel irgendwo hin. Hier weiß ich, dass Hebel hinkommt. Jetzt müssen wir aber irgendwo abspinnen. Das heißt, irgendwo hier... ...dürfen die Spinnen nicht weiter. ...dürfen die Spinnen nicht weiter. Dies werden wir auch so eben aufbauen. Was ganz schnelles und simples. Da kommt jetzt nichts irgendwie hinterverkleidet. Hauptsache es läuft. Tipp. Wo habe ich die Pisten? Meine Güte, vergesse ich immer die Hälfte oder was? Ach, gär. Gutes Mineralwasser. Oh, schon wieder Amadellos. Ey, hier haufen sich die Amadellos in der Wüste ohne Ende an. Ah, nee. Oh, Amadello-Arsch. Da die drei. Kommt mal mit. Euch tausche ich mal eben gegen Marble Bricks aus. Dann weiß ich immer, wo die Linie ist. Können Sie mir auch merken, immer die dritte. Aber wenn ich die jetzt gendlich mache, ist es auch okay. Ich sage eigentlich nur zum Farmen. Muss ja auch eigentlich nicht den Hauptpreis gewinnen im Optischen. Eins, zwei, drei. Hier hin. So, jetzt gehen wir hinten rein. Und soll wie gesagt nur zum Abriegeln sein. Eins, zwei, drei. Jetzt kommen hier drei Repeater. Irgendwelche Steine. Wir haben noch normale. Ah. So, jetzt auf die Schnelle hier rum, da rum. Eine Fackel, damit es ausgeleuchtet ist. Machen wir das noch so zu. Ah, warte mal. Machen wir nicht auf Erde. Ich mache den Untergrund auf jeden Fall auf was anderes, falls ich mal irgendwo bauen sollte. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da nicht bauen darf. Ah, der kann jetzt so bleiben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Das reicht. Das habe ich hier vorne liegen. Wenn ich den jetzt anmache, ist der hier. Jetzt müssen wir uns vorstellen, die Monster können ja immer eigentlich noch hier raus. Mache ich denn hier auch noch einen hin? Ich hätte einen hier machen können, da einen und da einen. Ich spüche mich den, den, den. Den mal eben weg. Probieren wir mal eben aus. Ach, den weg. Den weg. Äh, den. Und den. So. Kommen wir das so, so, so. Jetzt am Experimentieren, eigentlich. Ja, wenn ich das nämlich abschotte, ist das, was ich eigentlich sinnvoller. Gut, dann müssen wir einmal hier rumgehen. Sollte noch machbar sein in der Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Genau, da ist der. Das funktioniert. Dann machen wir nämlich hier einen Weg lang. Der ganz einfach hier lang führt. Wirklich ganz einfach. Damit es hier nicht dunkel drin ist, kommt hier auch noch eine Fackel hin. Zwei, drei, vier. So. Einen drüber. Dann machen wir den hier. Und hier ist das natürlich jetzt auch blöd. Wie machen wir das denn jetzt hier noch am schlauesten und am schnellsten? Das geht natürlich nicht, aber was geht, ist das hier. Auch nicht? Hm. Ich weiß, dass das hier geht. Aber da fehlt mir wieder ein Block hier vorne. Tut mir leid. Was ist das denn? Ist das Zinn? Aluminium ist es. Okay. Oh, die Folge, die Folge, die Folge, die Folge, die Folge. Okay. Machen wir das so. So. Fackeln. Schnell. Ausloggen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Flitterp. Und tschüss. Tschüss.